Das gab es wirklich noch nie. Heidi Klum ließ jetzt die Bombe platzen und verriet Details zur kommenden GNTM-Staffel. Und erstmals werden Männer an der ProSieben-Show teilnehmen dürfen. Heidi Klum, GNTM-Hammer. Erst knapp vier Wochen ist es her, dass Heidi Klum, 50, im großen GNTM-Finale in Vivian Blotzki, 22, ihr neues Topmodel fand. Da laufen die Planungen für die kommende Staffel bereits, und nun ließ die beliebte Model-Mama eine riesige Bombe platzen. Erstmals in der Geschichte der ProSieben-Casting-Show dürfen sich auch Männer bewerben. Heidi Klum castet 2024 zum ersten Mal auch Männer. Bei Instagram teilte Heidi Klum einen Clip, der sie in einem Flugzeug zeigt. Dabei unterhält sie sich mit einem Flugbegleiter und erklärt. Ich weiß nicht, ob sie's schon mal gesehen haben, aber ich habe eine Sendung, die heißt Germany's Next Topmodel. Und ich mache dieses Jahr zum allerersten Mal, nein, hört man den Mann ungläubig sagen. Männer, und ich würde sie gerne casten, verrät Heidi Klum. Dabei wird die kommende GNTM-Staffel offenbar unter dem Motto Raute GNTM für dich. Damit reagiert die Model-Mama auf den langjährigen Wunsch vieler Zuschauer. Die sich schon eine gefühlte Ewigkeit wünschen, dass auch Männer an der erfolgreichen Show teilnehmen können. Wie das Ganze letztlich in der Umsetzung aussehen wird, ist bislang aber noch ungewiss.